Und im Studio begrüßen darf ich jetzt Peter Lehner, den Obmann der Sozialversicherung und der Selbstständigen und Obmann der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Vielen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ja, plötzlich werden die Impfangebote gestürmt. Um die Durchimpfungsrate zu erhöhen, sollen ja nicht Geimpfte auch einen Brief von der Sozialversicherung bekommen. Ist der schon verschickt worden? Nein, ist es noch nicht. Wir bekommen den gesetzlichen Auftrag mit der Veröffentlichung, wahrscheinlich am 2. Dezember. Dann können wir verschicken. Aber ich sage ganz offen, ich bin nicht der Meinung, dass ein Brief das richtige Mittel ist im 21. Jahrhundert, dass wir die Durchimpfung steigern. Speziell dann nicht, wenn er nicht verknüpft ist mit einem Impftermin. Dieses Angebot sollten wir denen, die sich jetzt nicht impfen lassen. Und ich halte die Ankündigung, 2G jetzt verpflichtend zu machen, als mutig und als richtig. Kanzler Schallenberg ist da einen guten Weg gegangen. Wir brauchen das jetzt. Wir müssen diese Pandemie endlich besiegen. Aber warum werden dann die Briefe überhaupt verschickt? Also das kostet ja auch was. Es ist ja auch nicht gratis, so Briefe verschicken. Ja, wir bekommen den gesetzlichen Auftrag. Damit müssen wir handeln, unabhängig davon, ob wir es für sinnvoll erachten oder nicht. Kommen wir zu Long-Covid. Bei etwa jedem siebten Corona-Patienten kommt es zu Langzeitfolgen. Also dieses sogenannte Long-Covid, da gibt es unterschiedliche Symptome. Da braucht es auch viele Untersuchungen, sagt die Ärztekammer. Einige davon bezahlt die Kasse aber nicht. Da hat sich die Ärztekammer kürzlich darüber beschwert. Hat die Krankenkasse vor, das zu ändern? Also zum Beispiel Herzultraschall bräuchte man bei manchen Untersuchungen. Diese Forderung in der letzten Woche hat uns überrascht. Wir sind gut abgestimmt. Wir haben in der Bundeszielsteuerung Länder, Kasse und auch der Bund gemeinsam einen Versorgungspfad beschlossen. Wir lassen keinen zurück, keinen Patienten, der an Post-Covid-Symptomen leidet. Und dass es immer wieder Adoptierungsbedarf gibt, das ist klar. Es sind aber die Ärzte weder zur ÖGK gekommen noch zur SVS, um hier mit uns zu sprechen, dass wir hier Adoptierungen brauchen. Und das ist der übliche Weg und auf das warten wir jetzt auch noch, dass wir hier schauen können, wie wir wirklich die Post-Covid-Patienten bestmöglich versorgen können. Denn die Symptome sind sehr vielfältig. Und es gibt nicht eine Krankheit, sondern es gibt die einen, die an neurologischen Problemen leiden, die anderen an kardiologischen Problemen, an psychiatrischen Problemen oder psychologischen Problemen. Es gibt hier sehr vielfältige Krankheitsbilder und die müssen individuell behandelt werden. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von diesem Herzultraschall sprechen, das heißt, der wird schon auch bezahlt dann von der Krankenkasse. Wenn man jetzt dieses Symptom hat, zum Beispiel, also das geht zum Herzschwäche oder Herzbeutlerguss, wo man das dann benötigt, das wird dann auch künftig gezahlt von der Krankenkasse. Ich bin hier der Vertreter der SVS. Bei uns wird das bezahlt. In der ÖGK gibt es leider Gottes auch noch unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern. Hier ist die ÖGK dabei, das auch zu vereinheitlichen und zu verbessern. Aber das heißt, es wird dann auch vereinheitlicht. Das heißt, kein Long-Covid-Patient muss sich sorgen, dass er irgendwelche Behandlungen, die er dringend benötigt, nicht bekommt. Als Sozialversicherung sind wir, glaube ich, dafür bekannt und dafür trete ich auch ein, dass wir niemanden zurücklassen. Und wir werden uns intensiv bemühen, gemeinsam mit den Ärzten, dass wir hier die richtigen Therapien und die richtigen Untersuchungen auch anbieten können. Kommen wir zu den kleinen und mittelbetrieben. Da werden nach und nach gestundete Zahlungen von Steuer- und Sozialversicherungsvorschreibungen fällig. Was soll jetzt ein Unternehmer Ihrer Ansicht nach machen, der die erwarteten Corona-Hilfen vielleicht nicht in vollem Ausmaß bekommen hat, aber die Stundungen, die jetzt bereits irgendwie ausgelaufen sind und eigentlich getilgt werden müssten, zu bezahlen sind? Die Erfahrung, die wir jetzt machen, die letzten 20 Monate, ist, dass das Beste ist, mit uns zu reden. Diejenigen, die mit uns in Kontakt getreten sind, da konnten wir Stundungsvereinbarungen treffen, da konnten wir gute Lösungen finden. Schlimm ist es für diejenigen, die sich verstecken, das ist oft nachvollziehbar, weil es wirklich existenzielle Probleme auch gibt. Denen kann ich aber nur empfehlen, dass sie wirklich sich an uns wenden, um hier Lösungsmodelle gemeinsam mit uns auf den Weg zu bringen. Es gibt ja jetzt das Vorziehen dieses Corona-Stufenplans. Das heißt ja auch, dass in unterschiedlichen Branchen die Betriebe wieder mit einer Redaktion ihrer Geschäftsgrundlage kalkulieren müssen. Wird es da wieder neue Stundungen jetzt geben, auch seitens der Sozialversicherung? Das müssen wir jetzt abwarten. Was auf uns zukommt, welche Einschränkungen sind wirklich gegeben? Man sieht ja, 2G ermöglicht uns eine Wintersaison. Das heißt, vieles wird jetzt möglich durch diese neuen Spielregeln. Und ich glaube, dass das für die Wirtschaft auch in Wirklichkeit wichtig ist. Denn das Schlimmste wäre, dass wir wieder in einen Lockdown gehen müssten. Das wäre die Alternative. Und mit dem Mut, den die Regierung jetzt bewiesen hat, verhindern wir das. Und der 2G-Nachweis ist die Rettung und nicht das Problem. Aber es wird trotzdem weitere Stundungen geben, wenn das irgendwie nötig ist von der Sozialversicherung für diese Sozialversicherungsbeiträge? Wenn es nötig ist, bitte individuell bei uns melden. Wir versuchen, unsere Versicherten zu unterstützen, wenn es darum geht, die Betriebe am Laufen zu halten. Das ist für uns wichtig, aber nicht nur für die Sozialversicherung, sondern für die Wirtschaft generell. Es sind aber Sozialversicherungsbeiträge auch langfristig wirksam. Das heißt, es geht hier immer auch um die Pension. Das heißt, uns ist es besonders wichtig, dass diese Beiträge auch bezahlt werden. Denn nur damit kann auch eine soziale Absicherung für alle gewährleistet werden. Herr Lehner, wir müssen an dieser Stelle leider schon schließen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank.